So, das Laufwerk ist wieder so wie es sein soll. Schön sauber und alles bewegt sich wieder. Das konnte man vorher nicht machen. Und jetzt nehmen wir mal eine Diskette. Und es ist drin. Wenn das klemmt, dann klemmt die Elektronik und es kommt zu einem Kurzschluss. Jetzt ist aber alles wieder neu für die nächsten 30 Jahre. Viel Spaß damit!